Herzlich Willkommen zu Odin, die Prüfung aus Rübon. Wir haben hier ein paar Leute mit Videosequenz, das heißt wir warten mal kurz. Da kann Odin ganz interessant werden. Wenn sie alle Video haben, alle neu sind. So, sie sind auch alle fast raus aus dem Video, bis auf einer. So, damit sind wir alle raus. Wir checken, ob alle bereit sind. Wie wir das halt, wie gute Tanks das machen. Und dann geht's auch los hier. 15 Sekunden. Der Standard ist umdrehen. Einfach umdrehen. Rampenken, umdrehen. Dieses Mount gibt's übrigens auch als Mount im Mokushop. Aus Walknut gehen wir raus. Aus der Attacke gehen wir raus. Die macht ziemlich viel Damage. Da wurden Spieler jetzt getroffen mit dem Debuff, beziehungsweise mit dem Schaden. Ah, oh, Schaden. Das ist der Tankbuster. Der macht nämlich auch ziemlich viel Damage. Halle der Steine. Das dürfen wir nicht drinstehen. So, hier gehen wir wieder raus. Da kommt wieder der nächste Tankbuster. Halle der Schmerzen. Das ist AOE-Damage. Und danach weichen wir den fliegenden Schwertern aus. Dann geht's auch schon wieder weiter. Den Halle der Steine einfach ausweichen. Die kommen jetzt mehrfach. Die Attacke weichen dann wieder aus. Die macht übrigens sehr viel Damage. So, jetzt haben Spieler einen Buff bekommen. Der Buff ist nicht schön. Der verlangsamt ein. Da kommt wieder der Tankbuster rein. Den habe ich jetzt einfach blockiert. Mit meinem heiligen Boden. Da kommt AOE-Damage rein. Und jetzt müssen wir die Stäbe kaputt machen. Das ist jetzt wie im Fade. Und gleichzeitig muss man hochgehalten werden. Beziehungsweise muss gerätzt werden. Jungs, ich kann ja nicht weg. So, da kommen wieder die Schwerte angeflogen. Den einfach ausweichen. Ja, ist klar. Damit haben wir die kritische aller Phasen schon hinter uns. Und da haben wir auch wieder der Raid Rider AOE-Damage. Jetzt kriegen wir nämlich Debuffs. Die müssen dieswählt werden. Mit Medica. Ansonsten ist sie gleich Sense. Man kann das natürlich auch versuchen, gegen zu heilen. Aber gegen heilen ist schwerer, als Medica zu wirken. Gut, die harren das aus. Da kommt wieder die Halle der Steine. Die wir einfach ausweichen. So, da kommt wieder der Tankbuster. Jetzt haben sie wieder die Marker. Er macht natürlich keine Anstreiten. So, die Dinger hauen wir wieder um. Und jetzt geht er auch gleich in den Enrage. Ja, Enrage. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Vielen Dank.